Hallo Julli, mein Name ist Teddy the Dragon Dandy, aber ihr könnt mich auch gerne Pretty Boy Ted nennen und ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt bei der Nummer 1, wenn es um Fashion und Food geht. Wie ihr dem Titel bereits entnehmen konntet, werden wir heute das thailändische Restaurant Sha Long unter die Lupe nehmen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, meine Freunde. Ich war da persönlich das letzte Mal vor vier Jahren und ich habe das Restaurant noch ganz gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob die Qualität immer noch die gleiche ist und ob überhaupt noch die gleichen Leute dieses Restaurant betreiben. Aber das werden wir jetzt herausfinden, meine Freunde. Let's go, Baby! Aber bevor das Video startet, gibt es wie immer den obligatorischen Outfit-Check. Mein Käppi ist von Fiorucci. Der Sweater ist von Polo. Genauso wie mein Polo. Die Tasche ist von Vivian Westwood. Die Hose ist von Adidas und Ivy Park. Und ich trage außerdem noch Ultra Boost. Jetzt geht es aber wirklich los, Friends. Und so sieht das Restaurant von außen aus, meine Freunde. Gehen wir mal rein. Und so sieht der Laden von innen aus, meine Freunde. Und das ist ein kleiner thailändischer Imbiss. Und ich habe mich einmal für Tom Kagei entschieden. Huhn mit verschiedenen Thai-Gemüse, Kokosmilch und Reis. Und außerdem nehme ich noch Patka-Pau-Nür. Rindfleisch mit Basilikum, Gemüse und Reis. Ich trage mich los in der Zählung. So, Leute, es geht los mit Tom Kagei. Tom Kagei und Reis gibt es dazu. Und so sieht das Patka-Pau-Nür aus. Danke schön. So, Leute, wir starten mit dem Tom Kagei mit Huhn. Sehr lecker, Friends. Tom Kagei schmeckt mir schon mal richtig gut. Ja, normal, ordinal, teigert. Ordinal, Thailand. Wunderbar. Hm. Da hat man doch wirklich Spaß am Essen. Auf Jerry Pau-Nürn Ja, natürlich. Ich habe es sehr gut, aber ich habe es sehr gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Und der Rest der Suppe, der wird schön ausgeschlürft Ach, ich schaffe schon zwei Gerichte, mach dir da mal keine Sorgen Jetzt geht es weiter mit Patka Paunia, meine Freunde Ja, das ist gut, hallo Ja, aber ich habe schon fertig Ja, das ist das Ja Ja Schmeckt aber wirklich gut Ja 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 Schmeckt Fuh Schmeckt Schmeckt Mmmh. Du hast es sehr süß. Ja. Ich habe es sehr süß. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, Leute, ich bin jetzt voll. Ich sage es euch. Oh, Leute, ich bin jetzt richtig voll. Aber das Essen hat mir wirklich außerordentlich gut geschmeckt. Thumbs up, Baby. Mir haben beide Gerichte sehr lecker geschmeckt. Das Tom Kagei fand ich noch ein bisschen besser als das andere Gericht. Aber ja, insgesamt würde ich eine ganz klare 9 von 10 Sterne Bewertung abgeben. So, Leute, hier möchte ich ganz kurz einhaken. Das Tom Kagei war für mich eine 9 von 10 und das Pat Kapau war für mich eine 8 von 10. Also gibt es hier eine Gesamtbewertung von 8,5 von 10 möglichen Sternen. Ich muss dazu sagen, dass ich aber noch nie in Thailand war und deshalb auch kein Experte im thailändischen Essen bin. Aber mir hat das Essen wirklich geschmeckt und für mich ist Shalong einer der besten Asiaten in ganz Braunschweig, meine Freunde. Aber alleine wegen dem Essen müsste ich eigentlich mal Thailand bereisen. Oder was sagt ihr, meine Freunde? Möchtet ihr mich auf einer thailändischen Foodtour sehen? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Jetzt geht es aber weiter mit dem Video. Shalong ist damit pretty boy approved, Baby. Ich weiß auch noch nicht, wann ich das Video hochladen werde, aber die gute Dame ist jetzt auch erstmal für vier Wochen im Thailand Urlaub. Und bei der läuft es anscheinend wirklich sehr gut und die möchte auch gar nicht mehr Kunden. Deswegen überrennt die auch bitte jetzt nicht. Aber die ist ja wie gesagt jetzt sowieso erstmal im Thailand Urlaub vier Wochen lang. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und folgt mir auch auf Instagram und TikTok. Da heiße ich Teddy Dandy. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao! Bis zum nächsten Mal.